Musik Und jetzt in den nächsten 40 Minuten euch verschiedene Photoshop-Techniken zeigen. Der Vortrag heißt Photoshop Frühsport. Das heißt, ich zeige ein paar andere Techniken, ein paar fortgeschrittene Techniken. Ich habe zwei Dinge gesagt. Einer, das zeige ich tatsächlich, den Weg über Camera World. Wenn Sie sagen, wie Sie gehen, die Einstellungsebene in der Gegenfahrt. Da bringt man Menschen auf den Stande, dass Sie gehen müssen. Die Bodys kaufen? 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 100 Leute kommen 99 zu euch, die wild wollen. Die wollen das Bild nicht für sich, sondern für irgendwas. Aber nicht nur für sich. Schauen wir doch mal in die Richtung. So sollte man es nicht machen. Okay, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, geil, geil. Sieht gut aus, gut aus. Sexy, 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 sexy. Du? Nee, 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 sexy, sexy. Jetzt, äh, 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 gib mir mehr Passion. Ein bisschen mehr, ähm, äh, Ausziehung. Äh, 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 wahnsinnig Applaus für Camera World. Guck mal, die ganze Prominenz ist da, hier. Den kennt man, oder? Dein Name? Eosendi. Eosendi. Ja. Marni. Marni, aber eigentlich sind wir eins. Nee, 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 nee. Das ist ein Insider. Jurek. Way of Art. Äh, 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 äh. Laura Helena. Oh, guck mal. Die mit dem Blumenschmuck und mit den schönen Bildern und Beauty. Leute, übrigens auch auf dem Stand von Wien in Ukraine. Denken wir auch immer. Armbots. Das kommt hier abends. Olaf. Das ist Photoshop-Lexikon. Nee, ist nur ein Bild. Warte. 3, 2, 1. Ja. 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 Und jetzt wollte ich hier gerade für Umsatz sorgen. Schritt für 我們��окar. telling B twice. Jag bekar. Ja. Ja. Jo. Ich bin ein bť. Es lass mich auf dem Seite greifen. Ich bin ein bť.